You were moved Ja, ich warte, kein Thema Ach Junge, wieso spielen wir nicht einfach Fortnite? Ja, Fortnite ist out Ja, ich bin da, was willst du? Wo bist du? Ja, ich bin in der Lobby Warte, ich kann mich zu dir tippeln Oh, ich sehe dich, ja komm Hallo Hey, ist das dein Pferd? Ja, den Skil hast du von mir, den habe ich mal gemacht Ja, sehr schön, okay, wie kann ich dir helfen? Ich bin so stolz auf dich Oh mein Gott Wir kennen uns jetzt schon so lange und so Ja, deine Stimme Was? Nichts, egal, erzähl weiter Wir sind ja Wo bist du? Ich muss dich angucken, wenn ich mit dir rede Oh mein Gott, Alter Das ist Minecraft, Alter Wo bist du? Du musst mir im Gespräch in die Augen gucken Oh, ist das Oh, ist das schrecklich, Alter Ja, wie du weißt Wir kennen uns Ja Mann, was willst du von mir? Wir kennen uns ja schon so lange Und vertrauen uns Und sind wie Fast wie so kleine Brüder, ne? Nein, so bin ich auf keinen Fall Du bist wie Geschwister, oder? Überhaupt nicht, nein Doch, Rewi Und deswegen Nicht mal ansatzweise Boah, Junge Komm, ich hatte auf der Tour Du bist jetzt immer nur YouTuber, ne? Ja Das bleibt doch so Rewi, komm Was willst du von mir? Nein, was Einmal Was? Was willst du von mir? Ein Tag will ich Admin sein, komm Auf keinen Fall Gib ich dir den Admin rang Rewi Nein, Junge Okay, so lange Guck mal Ich war in so vielen Videos von dir Ich hab dir immer geholfen Wenn du Hilfe brauchst Ich war immer da Ich hatte Ideen für dich Ach, Junge Stein Ehrlich nicht, Alter Rewi Nee, Digga Ich werd dir kein Admin geben Doch, magst du Los Nein, mach ich nicht Du hast mich ja nicht mal nett gefragt, Alter Ich kann dir nicht vertrauen Du machst nur mit nur Scheiße Rewi, wir kennen uns schon so lange Komm schon Ja, das heißt ja nicht Dass ich dir jetzt den Adminrang einfach geben kann Hab ich schon mal irgendein Server gegrüft Oder irgendwas Nein Nee, hast du nicht Aber trotzdem Ich meine, du wirst dir nur Scheiße mitbauen Nee, mach ich nicht Guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede Guck mir in die Augen Mein Gott, ich guck dir nicht in die Augen Das ist ein Minecraft-Skin Guck mir in die Augen Bitte Einfach dein Ein Tag, komm Nein, keinen ganzen Tag Ich geb's dir maximal 10 Minuten, okay Wie, 10 Minuten ist zu wenig Nein, 10 Minuten 15 15 Okay, du musst dich aber in der Zeit Musst du dich beweisen, okay Mach ich Junge, ich werd's so bereuen, Alter Ich werd es so bereuen Oh mein Gott Gib, gib, gib Ach, jetzt bist du Developer Warte Oh mein Gott Porter Bilder, Moment Ich muss, glaub ich, gucken Moderator Admin So Stein, du bist jetzt Admin Bitteschön Schreib jetzt ab, wirklich Ja Schreib jetzt nichts in den Chat oder sowas Nutze das jetzt nicht aus, Digga Ich kann nicht abbauen Ja, natürlich kannst du nicht abbauen Ich bin der Admin-Rang Digga, es ist der richtige Admin-Rang Gib OP Gib OP Schreib in den Schreib in den Digga, hier gibt's kein OP Schreib in den Chat Schreib in den Chat und du wirst sehen, dass du Admin bist Ob ich's verdippt Stein, pass auf Du kannst mit Slash GameMod 1 Kannst du halt in den GameMod gehen Aber mach bitte nichts kaputt Ich kann mich opieren Es gibt kein OP auf dem Server Du darfst, du darfst nicht OP sein, Stein Ich muss dich de-op'n Wirklich, das funktioniert sonst nicht Es darf, man darf nicht Digga, man muss im Admin-Rang sein Und, äh, dann Slash GameMod 1 Und dann Slash Build Alpha Stein machen Wenn du Willst du bauen oder was willst du? Willst du die Lobby umbauen? 1 Ach Stein, jetzt mach ich kaputt Junge Äh Digga, ey Jetzt bau mal hier keine Scheiße Komm, bau mal keine Scheiße Jetzt hier, Digga Ich hab jetzt keinen Bock Die ganze Zeit hinterher zu fliegen, okay? Ja, ja, ja Mach jetzt hier keinen Müll Warte, was gibt's denn so für Modi? Alpha Stein, Digga Survival Games Bad Wars Warte, komm mal hier runter Nein Ich war hier noch nie Ja, natürlich war es hier noch nie Hier soll auch keiner rein Es gibt zwei offene Reports Nein, Stein Du liest jetzt keine Reports Hör jetzt Okay, guck mal Genau das meine ich, Digga Wenn ich dir vertraue Ja, okay, okay Ja, du kannst dir vertrauen Komm, wir spielen Was soll wir spielen? Komm, wir machen eine Party Nee, machen wir nicht Stein, bitte ehrlich jetzt nicht, Alter Du nimmst nicht die Partys einfach rum Nimm an Ich mache, warte Mein Gott, ich werd das so bereuen, Alter Ja, einen Tag Guck, ich mach nichts Guck mal Nimm an die Party Hab man gedacht Nein, nicht einen Tag 15 Minuten, Junge Nein, komm, ich muss hier Darf ich hier was signieren? Darfst du? Ich will was signieren Was signieren? Weil ich hier ein Secret mache Für die Leute Ja, okay, mach ruhig Hier war Alpha Pupus Ja, mehr mache ich auch nicht wirklich Ja, okay Du kannst dir vertrauen Ja, okay, gut Ich geh mal in die Lobby hier rein Ja, geh mal in die Batwars Alpha Stein, Alter Das ist eine ganz dumme Idee, Digga Wirklich gewesen Okay, Vertraue Digga, ich vertraue dir wirklich Mach damit keine Scheiße, okay Welchen Maps spielen wir Wir spielen Rustic Die ist nice Stein Ja Stein Wenn du jetzt hier anfängst Irgendwas zu briefen, Digga Das ist ultra eklig Das alles wieder herzustellen, okay Ja, ja Wer bist du im Team? Mein Gott Ich bin doch der Der, der fliegt Siehst du mich nicht? Ey, du darfst nicht fliegen Warum denn nicht? Kann ich hier alles abbauen Ich spart kein Eisen mehr Alpha Stein Warum machst du das? Warte Bye-bye, Ruby Alpha Stein Och, Junge Digga, warum machst du den Leuten Das Game kaputt, Junge? Ja, Mo Jetzt bist du Jetzt bist du wieder Alpha Stein? Ja Bist du noch da Oder hast du die Runde verlassen? Äh, ich weiß nicht Ich muss gerade Bin kurz weg, ne? Nein, nein Warte mal, wo bist du, Stein? Wo bist du hin? Ey, Leute Ich hätte den Leuten hier einfach die Runde kaputt gemacht Warte mal, wo bist du, Stein? Warte, wo soll ich hin? Och, Junge, Alter Stein Okay, warte Ich kann wirklich alles machen Äh Stein Komm, einmal Hallo? Einmal Alpha Stein Hey, es fließt nicht Mikrofon Ja, weiß Wo bist du? Äh, Lobby Wo? Welche Lobby? Weiß nicht Wie heißt du? Wer kann es nicht mehr finden? Ich ban dich jetzt leicht, Digga Wenn du dich genickt hast Entnick dich Ich ban dich sonst Okay, okay, okay Ja, du musst dann zu mir kommen Welche Lobby bist du denn? Ich weiß nicht Lobby 2 Bist du Premium-Lobby? Lobby 2, Lobby 2 Ach, Junge, mein Gott Ey, Stein, Digga Hör auf, Scheiße zu bauen Ja, wirklich Ich hab da keinen Bock drauf, Alter Ich hab schon aus Wir sind Lava platziert Ach, Stein Hör auf damit, Junge Du kannst du nicht hier einfach Lava hinsetzen Hör auf, Mann Ich mach's weg Digga, Stein, jetzt mal ehrlich Jetzt mal unter uns beiden Hör mal auf, hier irgendwas hinzusetzen, bitte, Digga Die ganzen Leute hier Guck mal, das ist super scheiße Der ganze Spawn Ich seh die gar nicht Was? Sind hier Leute? Natürlich sind hier Leute Hier sind die ganzen Lobbys voll Mach ich die an Mach mal keinen Scheiß jetzt hier Okay, guck mal, die ganzen Leute Die chillen hier Kann ich die töten? Nein, kannst du nicht Nur in der PvP-Zone Wow Warte Kann ich nur Game und oder? Kannst du, kannst du Kannst du hier aufhören, bitte Lava hinzusetzen, Digga Das ist alles richtig eklig Das wieder zu korrigieren hier Ey, Junge Alter Oh mein Gott Hör doch mal auf, Alter Oh mein Gott Alter, Digga Du bist so ein Psychopath, Junge Du bist so ein Psychopath Dann gehen wir also Wir können ja rüber noch diskutieren und so Also, äh Ich hab auch Äh Einfach, hör doch auf Hier alle in die Lobby zu PTF, Junge Gibt's hier auch Wunder nicht? Nein, gibt's hier nicht Hör auf Gibt's nicht Ja, genau Gibt's nicht Jetzt hör mal auf, Digga Mach mal hier die Lava weg, Alter Guck mal, wie's hier brennt, Junge Ich muss jetzt hier mal ein bisschen dekorieren Du weißt Nein, musst du nicht Hör mal auf Ich hab dir ganz genau gesagt Du sollst sowas nicht machen, Mann Kann ich wieder Game und gehen? Ich muss die ganze scheiß Lava jetzt Was? Nein, darfst du auch nicht Nein, darfst du auch nicht Guck mal, wenn wir alles Game und will Guck schon Nein, kriegen die nicht Kriegen die nicht Ey, Junge Stein Die ganze scheiß Lava hier Guck mal, wie unnötig das ist, Alter Warte Alle haben Game und Was? Das ist dein Ernst, Herr Stein? Äh Ey, Junge Ich hab dir gerade gesagt, du sollst es nicht tun Nee, ich mein das jetzt ohne Aufnahme ernst, Alter Das ist behindert Ich hab dir gesagt, du sollst es nicht tun Ey, das ist voll cool Ich will auch ein Server, Rewi Setz es zurück Ich kann keine Creeper spawnen Setz es zurück, dass die Game und haben, Stein Setz es zurück, Junge Guck mal, ich hab ein kleines Gefängnis Ey, Junge Stein Was hast du hier gemacht? Äh, Rewi Welcher Lobby bist du? Ich bin in Lobby 2 Wo bist du? Ach so Warum? Komm hier rein, komm hier rein Wechsel die Lobby auf Lobby Wechsel die Lobby auf Lobby 2, bitte Grief keine andere Lobby, Digga Du machst mich gerade echt anstrengend Ich muss die ganze Scheiß vielleicht wieder aufbauen Du hast da keinen Bock drauf Komm jetzt in Lobby 2 und machen den anderen Lobbys nichts kaputt Äh, ja Ey, Alter Stein Ich meine es ernst, Alter Ich wandte dich jetzt vom Scheiß-Server, Junge Wie heißt es jetzt, Alter Guckst du den TT? Digga, wo bist du? Alter Ich wollte es nicht Digga, Stein In welcher Lobby bist du? Premium Lobby Ey, du bist so eine Oh mein Gott Ich wollte es nicht, Rewi Was machst du hier? Komm hierhin Ich wollte es ehrlich nicht Oh mein Gott Du bist so, Alter Warum tust du das denn? Ich wollte es nicht Ey, Junge Ich hasse dich so sehr Ich hasse dich richtig sehr, Stein Digga Weißt du was, Digga? Komm Alpha Stein Ab dafür Nein, nimm mich Ja, hallo Du kannst mich nicht bahnen Ach, Junge Versuch's doch Nein Wieso bin ich YouTuber? So, Alpha Stein Jetzt Auf Wiedersehen Ich kann abbauen, ja So, du bist gebannt, Kollege Danke dafür, dass du meinen Scheiß-Server grieft hast Ich wollte nur einmal Spaß haben Absolut unnötig Absolut unnötig, dass du das gemacht hast Wirklich Warum machst du das, Stein? Warum machst du das, Digga? Ich war doch nie atmet Ich war doch nie atmet Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht ausnutzen, Alter Du hast Leuten herangegeben, wo ich gesagt habe, das sollst du nicht tun Dann hast du ihr alles zergrieft, Alter Ich musste nur die Funktion testen von diesem Admin-Rang Wollte ich wissen, was alles funktioniert und was nicht Das ist einfach nur Das ist einfach nur komplett unnötig gewesen Ich habe dir vertraut Ne, wie? Ich wollte nur testen Du kannst es zurücksenden Das geht ja ganz einfach Und dann können wir normal weiterspielen Auf keinen Fall Auf keinen Fall Du kannst mir vertrauen Nein, 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 nein Du bist raus Nein, du Hey, Stein, Digga, auf Wiedersehen Weißt du das Nein, hallo Er hat mich gebannt Ey, Mann Ich wollte doch nur einmal Atmen sein Ja, okay, Leute Ihr seht es Ich bin hier gebannt Ich habe es versucht, Leute Aber Mann Ich wünsche, ich hätte jetzt noch länger Atmen Ey, was könnte ich alles machen Aber irgendwie hatte ich auch Angst Dass ich jetzt wirklich alles kaputt mache und so Aber egal, Leute Das war es für die Video Ihr könnt jetzt links oder rechts Für weitere Videos klicken Das war es für die Video Und haut rein Bis zum nächsten Mal